Nein. Ohne Scheiß, doch. Yeah! So, kann weitergehen mal. Zum nächsten Drachen. Wollen wir die besiegen? Ja, wollen wir. Okay. So. Haben die 10 nötig übermalen? Ja, die haben mir alle mal dann entkonten. Stimmt. Ich könnte eigentlich nicht nur was du das machen. Nein, nicht mit einem schwuler Pilz. Der hat eh keine Chance mehr. So, wenn du kein MPs auch auf ihn machst. So, wenn du kein MPs auch auf ihn machst. Ich das hatte, wenn ich die Mobs nicht sehen kann. Ja, zurück eins. Ja, das ist zu brauchen, wenn ich das wahre. Ja, das ist zu brauchen, wenn ich das wahre. Finde ich schon, also im Video sieht das ganz gut aus. Eigentlich nicht. Na, kannst du dir ja anschauen. Oh nein, diese Laken... Nein, die machen wir nicht. Nee, wo geht's lang? Ich kann einfach den Weg lang. Hier ist doch ein Weg. Ich bin behindert. Hier oben wahrscheinlich irgendwo. Nein, ich glaub eh das ist mit der Kasse. Stimmt. Nein, die mach ich jetzt nicht nochmal. Good move. Aua. Yeah, der nächste Drache. Nee, jetzt kommt erstmal das hier. Und von hier aus gibt es auch 100 Wege. Ich hab doch gesagt, erst mal den Drachen. Wer nennt's hier Bob? Ich. Wo lang? Links. Hat er gerade gesagt. Und jetzt fliegt das nie. So, sollst du langsam mal hier aufziehen? Oh, und deine, deine... Vielen Dank. Vielen Dank schon lange gehalten. Jetzt macht Zico doch mal wieder Sparta, wenn du jetzt okst. Ja. Nur schade, dass wir's bald durch haben, ne? Ah, du kackst immer! Was? Hehehe. Super epic. Tot. So, wo lang? Rechts, links? Äh, ich gebricht das gar nicht. Das ist erstmal recht. Ich glaub hier ist nichts mehr. Ja. Dache. Yeah. Oh ja. Der Eisdrasch oder Donnerdrasch. Analyse. Eine Lupe. Auf den Drachen. Schwerdrasch. Und... Und... Vesuvio wird wahrscheinlich helfen. Wozu Krasswasser? Oh ja klar, dass dann... Vesuvio trifft jetzt. Boah, jetzt komm ich an! Boah, jetzt komm ich an! Oh ja, alle. Dann dran hat. Boah, nicht getroffen. Boah, wie du angekommen bist. Krass, ne? Oh. Na dann. Da kann man noch... Boah. Boah! Ich bin echt drauf. Na dann watin 옆in zu mir. Wir haben uns nochmal drauf. Wir haben ja voll drauf. Ja. Hier ist der Level gestiegen. Was tun wir denn nicht? Da ist noch ein Berg! Was ist hoch? Wie gut ist das denn? Hey, du Sau! Warte, wir müssen was ausprobieren! Nicht so ne Scheiß! Ich will meinen Mana leer machen! Also nicht ganz, sondern so dass ich jetzt noch einen habe und irgendwas leer saugen kann! Es ist genau das gleiche! Nein, ehrlich nicht! Ich zeig dir das! Ich kann durchsperren! Ich hab's dir doch gerade bewiesen, dass das geht! Er kriegt den Schaden aber jedes Mal! Hier kriegt der Schaden den nicht und er wird aufgeladen! Das ist das geile Sachen! Das ist so, siehst du, er kriegt den Schaden! Ich kann direkt durchsperren! Hey, hab ich gerade auch! Er hat 500 Schaden passiert! Das ist behindert, krieg ich! Ich zeig's dem Video gerne! Nein, ich guck das Video nicht! Ich zeig's dir! 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 Soll ich das noch mal machen oder so ist das bisher? Ja, dann noch einmal! Dann hat er noch Mana raus! Jetzt, heisst! Jetzt, seine Mana in der Burg! Okay? Oh, oh! Oh, was! Oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! wenn man zwei mal namen stuhl ich habe gerade auf fünf aufgeladen und ich will heilen aber ich kann uns Ach, hab da alle geworfen. Ich trifft ihn. So dumm! Wahrscheinlich muss ich mir direkt ein Schwert in den Arsch~! Ich kann mit Suga hier auch noch ansaufen. Daaaaaaaaaaaammn! Daaaaaaammn! Yeah, geht's auf. Wie gesagt, muss ihm direkter Schwert in den Arsch stecken, dann geht's auf. Ja, muss man jetzt den Schwanz angreifen, oder muss man ihn angreifen? Ja, ich, ja, ich hier unten, hier unten, rechts habe ich den Schlund, da zu kochen. Ich weiß nicht, wie du den Schatten... Ich hab ja den Schwarz! Ja, wahrscheinlich den Schwarz! Schicken! Ja, oder auch gar nicht. Bis bald wer tot. Im Gegensatz zu dem Drachenboot ist das schon ein bisschen harter. Oh... Das ist ein bisschen Treffen, der Arsch. Wer das eigentlich nicht hartert, lässt sich nicht Treffen, weil das ein Arsch ist. Ja, die Koboldin ist auch leer. Ja, die Koboldin weiß aber auch, wo er steht. Ja, er ist auch. Gibt's doch schon wieder. Ja, das ist ein bisschen Arsch. Wo steht er denn? Echt? Hey. War das Ding nicht. Aua. Ich weiß nicht, ob ich heilen soll, aber nie. Oh, der war voll der Bug hier. Hab ich ihn glaube ich gesehen. Ich glaube du erwischt ihn nicht. Er steht auf dem Berg. Es ist so scheiße Kurbel drin. Ohne Kackt. Mittwoch von dem developer. Wahrscheinlich alle. Und jetzt geht immer die ganze Zeit Kohle. Kohle ohne Ende. Von den Dreck Viechern. Stats safe Und Fighter Gaze? Ah, du hast ein Level bekommen Und du Ich glaube jetzt ist er wieder zurück zum Schreien, ne? Oder gibt es jetzt alle? Oh, ich hab's auf Vibe geguckt Hallo Freunde Na klar Wirst du voll gecheatet? Nein, du bist immer weitergelaufen, Penner Aber die besiegen ja klar, wo werden die besiegen Apropos besiegen, wir brauchen Mana Mana? Hatte die nicht nur noch einen? Warte, die ja rum Was hat die 18? Nein, das war ich Nein, sie hat doch Mana saug Jetzt müsste sie 148 haben Okay, hast recht Ach doch, du Arsch Wie funktioniert Mama Machen Bob So Wie Man Saug Das war Nein, hier habe ich keinen Bock. Äh... Los, die stinken! Fick dich! Ohne Scheiß, Mann! Wird es an ihm vorbeilaufen? Ja. Dann geht's eh nicht, dann. Er hat Holger gemacht, keiner. Als das Leben schon wieder voll am Arsch gewinnen. Wieso weißt du denn mit jedem aus? Wenn die Stingen... Jetzt kämpfen! Wieso? 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 Wendy? Die Stinnen! Wieso? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020